Hallo und herzlich willkommen hier bei Keeps Supernova. Mein Name ist Flaffo und wir spielen wieder Splatoon und es geht auch schon los. Heute ist Muschelchaos angesagt. So, und es geht los. Ja, es ist schon in den Stadlöchern und es geht. Jawohl, wir sind im Team Grün. Keep ist in guter Form. Ich habe ein gutes Gefühl, dass dieses Spiel mit Lockerheit gewonnen wird. Ja, er hat schon vier Muscheln, fünf Muscheln, aber die Gegner sind natürlich nicht dumm. Die wollen natürlich auch gewinnen und von Rosten gemietet mit einem N-Perry-Klex-Doppler. Ja, das ist bitter, das ist bitter, aber weiter geht's. Gib nicht auf, er ist trainiert für das Splatfest, das am Moment 23. bis 25. Mai am Start ist mit dem Thema Ketchup gegen Mayo. Also, seid ihr auch dabei? Seid ihr auch dabei? Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, in die Kommentare. Und er ist erledigt vom Flutenfurz. Toll. Toller Name. Ja, wirklich. Sehr kreativ. Und sagt auch viel aus. So, es steht immer noch praktisch 100 zu 100. Also, wenn die Zahl auf 0 steht, dann hat man gewonnen. Also, die klare Zahl ist, um sagen wir, Muscheln sind im gegnerischen Korb, aber bisher noch keine einzigen Muscheln im Korb drin. Während in unserem Team noch im Gegner-Team. Ja, das sieht sehr gut aus. Ah, den Bob. Und wieder. Eins muss man noch dazu sagen, auf dem Pyro-Z. Oh, das ist ein cooler Name. Das ist ein echt cooler Name. Eins muss man noch dazu sagen. Wenn man die Muscheln hat und dann eine Superwaffe einsetzt, z.B. den Tintenschock, dann fliegen die Muscheln einfach weg und man verliert sie. Also muss man sich zweimal überlegen, was man möchte. Ob man seine Gegner ausschalten möchte oder die Muscheln ans Ziel bringen möchte. Das ist beim Muschelchaos gar nicht so einfach. Deswegen heißt es ja Muschelchaos. Und er hat den Flutterfurz und Pyro-Z auf einmal erledigt. Jawohl, das war die Rache. Das war Krips-Rache. Dafür für die Schmach, dass sie ihn so weggesplattert haben. Jetzt muss er nur noch die Muscheln in den Korb bringen. Ja, Flutterfurz ein zweites Mal erledigt und auch vom Flutterfurz weggefurzt. Ja, und weggeflattert. Ja, da flattert das Hemd. Ja. Wir haben noch 2 Minuten und 40 Sekunden Spielzeit. Noch ist alles offen. Noch ist alles offen. Aber der Gegner prescht sehr aggressiv nach vorne. Jetzt ist Kipp auch noch die Tinte ausgegangen. Ohne Tinte kann man natürlich nicht kämpfen. Du musst die Tinte aufladen. Und wieder ein Tintenschock. Aber diesmal konnte er keine Gegner wegsplatten und ausschalten. Aber Ross ist weg. Weg vom Fenster. Jawohl. Und jetzt Muscheln einsammeln. Jawohl. 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 Das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Jetzt schön vorbilden. Natürlich muss man die Muscheln auch in den Korb reintreffen. Und zwar bevor man abgeschossen wird. Aber abgeschossen zu werden, das Feld kippt nicht schwer. Die Gegnerbarriere ist durchbrochen. Ach du liebe Zeit. Jetzt wird es heikel. Aber uns Kipps Team hat bereits schon über 50, fast 50 Muscheln im Gegnerkorb. Jetzt geht es nur noch darum, den Heimkorb zu verteidigen. Damit der Gegner keine Muscheln mehr reinwerfen kann. Ja. Hier ist niemand. Alles schön grün eingefärbt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube es sieht sehr gut aus. Aber der Gegner setzt hinten Regen ein. Und Pyrozet ist wieder mal erledigt. Sehr viele Muscheln im Kipps Team. Und er... Was ist denn jetzt in den Ecken? Du musst aus dem Ecken rausgehen. Du musst die Muscheln in den Korb werfen. Ja, aber kämpfen und gleichzeitig auf A drücken ist nicht so einfach. Ja, Kipp war ja schon in der Schule, in Sport nicht gerade der Beste. Wo Basketball eigentlich ziemlich cool ist. Also Basketball mag er eigentlich. Mag ich auch. Aber nur was man mag, muss man nicht unbedingt gut drin sein. Und schon ist er wieder weg. Der Flutterfotz hat sich gerecht mit seinem Sprenkler. Und sammelt jetzt Kipps Muscheln ein. Ja, das ist natürlich bitter. Aber jetzt ist die Barriere durchbrochen worden. Aber Kipp hat sehr, sehr souverän, sehr souverän die Gegner abgewehrt. Warum jetzt da Gefahr für Kipps Team? Oh nein, sie haben schon 20 Muscheln im Kipps. Äh, im Kipps gibt es im Mannschaftskorb. Aber jetzt, jetzt ist es, jetzt zählt es jede Sekunde. Und nur noch 11 Sekunden, 10 Sekunden. Es, hoffentlich kommt es zu keiner Verlängerung. Wenn es zu einer Verlängerung kommt, dann ist noch alles für den Gegner offen. Dann ist immer noch die Chance da zu verlieren. Aber es kommt zu keiner Verlängerung. Das war's in dieser Runde. Wir schauen auf das Endergebnis. Und das ist 46 zu Red Panda. Also, egal. Kipps Team hat gewonnen. Und, ja, da freuen sie sich schon. Und, ist auf, mit, mit 9 Kills und 230, äh, Punkten. Ja, das kann sich, das kann sich wirklich sehen lassen. Wunderbar. Und, es geht in die nächste Runde. Weiter geht's. In die zweite Runde Muschelchaos. Und, wir sind diesmal lila und der Gegner ist grün. Und, in unserem Team ist Mi, Ola und Agent 7. Und natürlich, äh, Kipps Supernova. Hier, unter seinem, unter seinem Sportlerkünstlernamen Kipps Plätt. Und er prescht wieder, er prescht sehr souverän nach vorne. Aber ich habe das Gefühl, diesmal haben wir sehr starke Gegner. Er ist nämlich schon weggesplattet, er ist weggesplattet von I, I, J, 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 mit einem großen Kalligrafenpinsel. Und schon ist die Gegner, ist schon ist die Barriere durchbrochen. Der Gegner ist in unserem Gebiet, wird Kipp, das Ruder noch, ob Kipp und sein Team das Ruder noch rumreißen können. Er muss jetzt den Tintenschock einsetzen. Er muss den Tintenschock jetzt einsetzen. Und er hat gleich zwei auf einmal erledigt. Jed und Joni sind weg vom Fenster. Jetzt ist genug Zeit, äh, die Muscheln einzusalmen. Naja, was heißt genug Zeit, ein paar Sekunden, äh, bevor der Respawn des Gegners, äh, erfolgt. Aber der Gegner ist bereits, wenn ich das richtig sehe, schon kräftig daran, äh, bei der Arbeit, ähm, Muscheln in, in, in Kipps, äh, in Kipps Team reinzuwerfen. Aber er hat gerade drei weggesplattet. Ob das jetzt was bringt, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, er hat sich gerade verlaufen. Ja, wir sind, das ist, das ist, und schon ist er weg. Ähm, das ist die, äh, Schwierigkeit bei Muschelkaos, nämlich, äh, zu kämpfen und gleichzeitig die Muscheln ein, reinzuwerfen. 53 zu 74 sieht gut aus nach anfänglichen, äh, Schwierigkeiten. Ja, oh, Kipp hat die große Muschel, Kipp hat den großen Basketball, äh, Dingsbums, da, äh, jetzt, 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 jetzt ist es, aber er ist ganz alleine, er ist ganz alleine, er ist ganz alleine. Und trotz, trotz dieser Schwierigkeit hat er zwei noch wegsplatten können, bevor er selbst, äh, bevor er selbst, äh, weggesplattet wurde. Ja, und, ähm, ja, das ist natürlich bitter. Ich nenne das ungern Kills, weil ein Kill bedeutet ja, dass man einfach stirbt und weg ist. Ähm, ich sag einfach wegsplatten, ja, ist ein bisschen freundlicher, klingt ein bisschen freundlicher, aber killen, ja, wir killen ja nicht, wir splatten weg. Und, ja, ja, so, der Kalligrafen, äh, Pinsel hat jed auch nichts mehr gebracht. Jetzt ist es wieder, jetzt ist es wieder eine große Kunst, die, ja, und wieder weggesplattet, ja, vom Frühstück, 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 Frühstück. Und wir haben noch zwei Minuten, 17 Sekunden zu spielen. Der Gegner ist momentan in Gefahr, der Sieg, das ist in Gefahr. Aber natürlich ist noch alles offen. Ich hab schon Spiele gesehen, die waren 2 zu 100 und sind dann trotzdem, hab, äh, mit 0 zu 2 ausgekannt, ja. Also, für den her ist es noch alles offen. 36, ah, er sieht, das sieht nach einem Sieg aus, das sieht nach einem Sieg aus. Jetzt muss er vorbrechen, er muss praktisch seine, seine Teamkameraden hier jetzt helfen. Und die Gegner wegsplatten so gut wie es geht, dass die die Muscheln reinwerfen können. Aber das Geschmatter ist hier ziemlich, ziemlich heftig. Sehr, sehr heftig, das Geschmatter. Ja, jetzt versucht er von der anderen Seite, äh, herzukommen. Man muss nämlich wissen, dass die, dass die Hauptwaffe, die Superwaffe erst aufgeladen ist, wenn genügend Fläche eingefärbt ist. Das heißt, auch in einem Rangkampf ist es wichtig, einzufärben. Auch wenn das Einfärben keine Punkte bringt. Aber, ja, jetzt hat man es gesehen, jetzt hat man es gesehen. Wenn der Tintenschock eingesetzt wird, verliert man alle Muscheln. Das ist natürlich wieder, aber manchmal muss man, muss man natürlich wissen, was er prioritiert hat. Jetzt noch 300, 0. Das war's, wir gucken auf den Grundstand und ein K.O. Sieg sogar mit 500 extra Punkten im K.O. Bonus. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Und, ja, das ist sehr gut, ein klarer Sieg. Und, äh, Kip erreicht den B-Rang-Status. Herzlichen Glückwunsch, Kipsblatt. Ja, da freut er sich. Und natürlich geht es weiter. Ja. Welche, welche Gegner und welche, äh, äh, Mitspieler? Ja, oder ist jemand auf Stufe 15, Tom B-One? Tom B-One. Okay, exotisch. Ah, ein Daniel. Daniel Patrick someone. Aber bisher ist Kip der Ranghöchste in dieser, dieser Runde. Drei kommen noch dazu. Das System überlegt noch. Na, wer soll noch mit rein um Muschelkausse? Ach, wie bezahlt das jemand auf Stufe 100, äh, 199? Oh je. Dann wollen wir mal hoffen, dass das keine Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Spiels hat. Ja. Na, die Power ist bei 1680. Ja, kann sich sehen lassen, ist schon mal dreistellig, ja. So, oh, es ist, Prinzessin Lea ist im Gegner-Team, aha. Ja, die können wir eigentlich nicht gewinnen lassen, ja. Das geht nicht, das geht nicht. Nein, wir können sie nicht gewinnen lassen. Und ich sehe auch ein, äh, Link is cute, hat sich da jemand genannt. Oh stimmt, Link is ja auch cute, ja. Ist ein cuter 11. Und Kip ist schon weg vom Fenster. Von Lea, das geht doch nicht. Du kannst sie doch nicht für ein Mädchen besiegen lassen. Ja. Also, jetzt muss er, jetzt muss er kräftig Gas geben. Ja, er ist auf Rang B, wie Minus. Wenn er das jetzt versemmelt, ist er gleich wieder einen Rang runter. Das ist sehr schwer, ist unglaublich schwer. In den Rang kämpfen überhaupt so, äh, ihren Rang. Und wieder gesplattet. Oh je, oh je. Und wieder von Lea. Was, 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 was? Ist die allein in ihrem Team und gesplattet jetzt alle weg? Oder hat sie es auf Kip abgesehen? Das kann ja auch sein. Ja. Bei den vielen, vielen Millionen Abonnenten, wo Kip hat. Haha, Sarkasmus. Aber ich darf nicht, ich darf nicht zu viel schimpfen. Weil, ähm, es ist nämlich, äh, heute ist der 11. Am 15. ist immer die Gehaltsauszahlung. Und, äh, wenn jetzt Kip das hier sieht und hört, wie ich über ihn rede, äh, dann kürzt er mir das Gehalt. Dann gibt es nämlich nicht so viele Muscheln. Na ja, er bezahlt mich nämlich in Muscheln. Aber er hat gesagt, wenn es so weitergeht, dann will er mich in Marienkäfer bezahlen. Die sind noch weniger wert. Auf dem fange ich mir auch wieder M an. Aber die schmeckt nicht so gut wie Muscheln. Ich esse lieber Muscheln. Mit der Schale. Weil wir sie auch knackig haben. Ähm, ja, ihr seht gerade, ähm, ich rede hier und habe hier ein bisschen Quatsch. Man soll eigentlich das Spiel moderieren, aber ich frage mich, welches Spiel. Ähm, der Gegner hat nämlich schon 40 Muscheln im Kipsteam. Jetzt wird wieder der Tintenregen eingesetzt. Und so wie es aussieht, sind auch Leute außer einem Team disconnected. Und Lea, ja, Lea, die dreht auf. Die dreht auf und die freut sich, ja. Die freut sich, dass sie jetzt mal greift. Und wieder weg. Wieder weg. Oh je, oh je. Ich glaube, ich glaube, das sieht nicht so gut aus in dieser Runde. Ähm, ich kann euch vielleicht doch lieber noch etwas über, über meinen Gehalt erzählen, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin. Weil Kip hat gesagt, ich kriege so viele Muscheln, wie er hier an Punkten erkämpft. Und bisher hat er nicht sehr viele Muscheln reingeworfen, den Gegnerkorb. Wenn das soll weitergeht, dann werde ich vielleicht mal bei Lea bewerben, ob die vielleicht noch einen Red Panda brauchen in ihrem Kanal oder was auch immer. Ah, da fehlt noch ein. Wir haben schon eine Weile nicht mehr auf Planet Barb reingeschaut. Und das heißt, im Spore-Universum, wir sind ja da, also immer noch im Weltraumphase, und das heißt immer noch, weiter geht's auch gar nicht. Aber seid nicht traurig, es geht bald weiter. Ich werde, ich werde die nächsten, die nächsten Spiele von, von Spore in der Redaktionphase wahrscheinlich am Livestream spielen. Spielen. Ja, live macht mehr Spaß. Weil wenn da was schief geht, kann man es nicht rausschneiden. Wir sehen es alle und sagen, haha, die Maschine blauen. Ja, hier sind eigentlich disconnected. Und dann, das war's. Das war's, aber ich glaube, die Truppe braucht sich nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist zwar ein klarer K.O. ein klarer K.O. Niederlage. Ja, schämt euch, ihr Truppe. Aber ich glaube, er braucht sich nicht allzu viele Sorgen zu machen, weil, ich glaube, einige waren disconnected. Und dann gibt's auch keinen Abzug. Ja, das, der steht, die Angeanzeige unverändert. Also, nicht traurig sein. Es geht weiter. in die nächste Runde. Und die läuft besser. Ich hab's im Gefühl. Ja, ich spür das. Ich spür das im Gefühl. Ich spür das im Gefühl. Gibt's das? Kann man das überhaupt so sagen? Ich spür das im Gefühl. Ein Gefühl kann man nicht nur spüren oder fühlen. Ich hab's im Urin, sagt man. Ja. Das hört sich so eklig an. Ah, da nennt sich ja jemand Ketchup, Vero, Sof, Sof. Das ist ein lustiger Name. Ja. Keiner nennt sich Flavo. Vielleicht sollte ich auch mal mitspielen, weil Kip kann ja gar nichts. In der Tümmlerkuppel. Na, das kann ja Heider werden. Ah, das war übrigens die aller, allererste Map, wo Kip gespielt hat im Online-Splatoon-Spiel. Wobei hier gar keine Tümmler zu sehen sind. Tümmler sind doch Delfine, oder? Tümmler sind doch Delfine. Ja. Flipper und so weiter. Aber das sieht eher wie ein großes Gewächshaus aus. Ja, ein schönes Gewächshaus. Schön tropisch warm. Schön, ja. Treibhauseffekt ausnutzen, hohe Luftfeuchtigkeit und da ist ja wieder Lea. Ah. Und sie hat sich gefreut. Die hat jetzt sich gefreut und gesagt, ah, sie hat ein Kipsblatt weggesplattet und fragt sich, war das DER Kipsblatt vielleicht? Der große YouTube-Star mit seinen tausend Abonnenten, der sich da drauf was einbildet. Ja. Kip hat ja die Abonnentenzahl jetzt ausgeschaltet, weil ihn das selbst irgendwie triggert, weil die Abonnentenzahl ja immer zurückgeht. Ja. Weil niemand den Quatsch gesehen will. Aber das soll ich niemandem sagen. Also, ja, verpetzt mich auch nicht, oder? Schauen wir nicht mehr, wie viele Leute zu. Ja. Ja. Ich mache mir Spaß. Das soll ja lustig sein. Soll ich mich immer auf das Spiel konzentrieren. Mein Praktikum als Sportreporter ist immer noch bei der Prüfungsstelle. Also, ich bin immer noch nicht offiziell Sportreporter. Deswegen. Aber wo ist er jetzt unterwegs? Er geht meilenweit weg von dem Korb. Das ist nicht gut. Das ist nicht, nicht gut. Und dein Team ist auch schon wieder in Gefahr. Und das gelbe Team, Team Lea, Prinzessin Lea, hat schon mehr wie die Hälfte an Muscheln in euren Korb rein. Das ist jetzt mal so los. Ihr habt euer Korb nicht verteidigt. Ja, wo sind denn die anderen? Jetzt guckt er gerade nach. Er springt zurück zum Spawnpunkt. Und er hat jetzt auch die Muscheln fallen lassen. Wie kann denn das nur? Nein, 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 nein. Also, ich glaube, ich kann es in dem Monat oder zumindest dieser Woche mit meinem Gehalt vergessen. Er frickt einfach keine Muscheln in den Korb. Wie gesagt, ich werde dann nach dem Spiegel mal Lea fragen. Und er ist schon wieder weg. Und wieder von, wer hat ihn weggesplattet? Was heißt das? Keine Ahnung. Da werde ich mal mich bei Lea anwerben und fragen. Hey, Lea, wie sieht es aus? Braust du noch einen Red Panda? Oh je, Kipskorb ist ganz schön voll. Das ist wirklich übel. Das ist übel. Das ist wirklich bitter nach so einem guten Anfang. Jetzt so haushoch zu verlieren. Jetzt ballert er einfach nur noch rum. In der Hoffnung, vielleicht noch ein paar Gegner wegzusplatten. Aber Lea scheint ihn anscheinend zu verfolgen. Und wegzusplatten. Und das ist anscheinend nichts anderes. Ja, neue Lebensaufgabe. Ich werde Kips wegsplatten. Und vielleicht, vielleicht sehen wir uns bald wieder in einem anderen Video auf einem anderen Kanal. Leas Splatt Kanal. Weil die wirklich mehr Muscheln auf dem Grund durch hat als Kip. Kip hat sie weggekippt. Da kommt auch der Name her. Kipper. Er kippt sie alle weg. Aber er raucht nicht. Also kippen braucht er schon mal nicht. Oder kippt. Ach, wie gesagt. Wer hat das alles hier? Oder das alles hier sind? Jetzt machen wir mal schon Sorgen. Weil er, wenn ich mich kündige bei ihm. Oder wenn er mich auch noch rausschmeißt. Und ich keinen Job habe. Dann brauche ich ja ein angenehmes Arbeitszeug. Schreibt da rein. Ja, dieser Wusselredpanda. Der redet hier nur Quatsch und Scheiße. Oh, ich habe Scheiße in meinem Video gesagt. Oh, oh, oh. Liebe Kinder. Bitte nicht nachmachen. Aber ich hoffe, ich schaue jetzt nicht wirklich Kinder zu, sondern auch die echten Profis am Start. Vielleicht werde ich auch entdeckt als Sportreporter. Das wäre ja nice. Wir können ja ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn Kip gesplattet wird, können wir ja eine Muschel, eine Leckmuschel essen. Dann werde ich dann später beim Zahnarzt beschweren und sagen, ja, Flavo hat es gesagt. Ich soll eine Leckmuschel essen oder lecken. Isst man die oder leckt man die eigentlich? Oder lutscht man die? Lutschen kann man die ja nicht. Die kann man ja nicht ganz im Mund nehmen. Oder? Kennt überhaupt noch jemand Leckmuscheln im Schwimmbad? Oh, die waren lecker, lecker, lecker. Aber das ist dann immer so eklig, wenn man dann das Plastik da so abschlutzt. So, aber wir sind immer noch bei Splatoon, Rangkampf, Muschelchaos und es ist tatsächlich ein Chaos. Aber nicht für Prinzessin Lea, sie hat Kip gefühlt schon zehnmal weggekippt. Wahrscheinlich macht sie auch ein Trinkspiel jedes Mal, wenn Kip weggekippt wird. Einen Kippen. Einen blauen, ein, wie heißt, wie heißt nochmal der, der Trink für das Trinkspiel von Planet Earth. Ah ja, der blaue Liebenkipper, Schnipper, Wipper. Einen blauen Team. Und wer denn trinkt, das Trinkspiel, es geht in die Verlängerung. Wobei ist die Frage, ob das noch groß was bringt, so viele Punkte, wo wir noch offen sind. Und man soll ja nie sagen, ja zum Schluss nochmal, ah nee, Vero ist, na das was. Das war's, er ist weg vom Fenster. Leider, 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 es ist wirklich, es tut, es tut mir wirklich leid. Wenigstens 100 Punkte konnte man, konnte sein Team gerade noch, sei gar dann ja Ketchup und Daniel, ja schäm dich. Ja, dann auch noch am letzten Platz. Und Lea, Lea ist auf Stufe 12. What? Eine Stufe 12, Lea, hat einen Stufe 49 Kipp besiegt. Ey, das ist ja, das ist ja echt, das gibt's ja nicht. Das ist, das ist echt, 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 echt peinlich. Naja, das soll's auch gewesen sein für heute. Meine lieben Splatoon-Inkling-Freunde, oder vielleicht auch Ocklinge, Ockto-Linge unter euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, vielleicht. Es gibt dann ein bisschen mehr in Form, er trainiert ja für das Splatfest, wo wir dann auch dabei sein werden und wo es natürlich von eurem Lieblings-Red Panda moderiert wird. Nochmal schnell einen Blick auf Kieps Kinderzimmer werfen. Er hat auch die Themen dafür geschützt. Gut, jetzt, das soll's für heute gewesen sein. Denkt daran an das Splatfest, das ist, ja, irgendwann, im Ende Mai, ja, ich hab das Datum schon wieder vergessen, ach, ich blende es euch ein, wenn ihr wollt, und wenn ihr nicht wollt, dann schreibt es ihm in die Beschreibung oder guckt selber nach, ja. So, und einen schönen Gruß an Lea, guter Job, hat's kippt, kippt, weggekippt, ja. Gut, das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.